Der Hollywood-Blockbuster Top Gun, damals mit Tom Cruise, schlug ein wie eine Cruise-Missal. Es ging dem Pentagon darum, Hollywood für seine Zwecke zu missbrauchen. Krieg sollte wieder cool sein. Filme wie Apocalypse Now hatten das nationale Trauma Vietnam zum Thema. Soldaten wurden gezeigt als Opfer ihres Berufes. Zynisch. Zerrüttet. Wer als Patriot nach Vietnam ging, kam, wenn überhaupt, als menschliches Wrack zurück. Top Gun war anders. Die beiden Produzenten Simpson und Bruckheimer redeten lange auf den Regisseur Tony Scott ein, bis dieser schließlich einknickte. Die Piloten sind Rockstars und so müssen sie auch gezeigt werden, war fortan seine Devise. So kostete der Blockbuster 1985 trotz unbezahlbarer militärischer Geräte im Dauereinsatz nur 15 Millionen Dollar, spielte dann aber 350 Millionen Dollar ein. Wesentliche aber war, dass Hollywood Kriegsspielen wieder cool aussehen ließ. Wer sich im Anschluss bei der Truppe meldete, bekam in den nächsten Jahren reichlich zu tun, auch ohne Krieg gegen den Terror. Es folgt eine Liste der offiziellen Einsätze zwischen 1986 und 1999. Persischer Golf, April 88 Operation Just Cause, Panama, Dezember 89 Operation Nimrod Dancer, Panama, Mai 89 Operation Promote Liberty, Panama, Januar 90 Operation Ghost Soon, Bolivien, März 90 bis 93 Operation Sharp Edge, Liberia, Mai 90 bis Januar 91 Operation Desert Farewell, Südwestasien, Januar 92 Operation Desert Calm, Südwestasien, März 91 bis Januar 92 Operation Desert Shield, August 90 bis Januar 91 Operation Desert Storm, Irak, Januar bis Februar 91 Operation Eastern Exit, Somalia, Januar 91 Operation Sea Angel, Bangladesch, Mai 91 Operation Fury Virgil, Philippinen, Juni 91 Operation Victor Squart, Haiti, September 91 Operation Quick Lift, Zaire, September bis Oktober 91 Operation Silver Anvil, Sierra Leone, Mai 92 Operation Distant Runner, Ruanda, 9. April 94 bis 15. April 94 Operation Quiet Resolve, Support Hope, Ruanda, Juli 94 Operation Uphold, Restore Democracy, Haiti, September 94 Operation Restore Democracy, Haiti, September 94 bis März 95 Operation United Shield, Somalia, Januar bis März 95 Operation Assured Response, Liberia, April bis August 96 Operation Quick Response, Zentralafrikanische Republik, Mai 96 bis August 96 Operation Guardian Assistance, Zaire, Ruanda, Uganda, November bis Dezember 96 Operation Pacific Heaven Quick Transit, Irak Guam, September bis Dezember 96 Operation Guardian Retrival, Kongo, März, Juni 97 Operation Noble Opelisk, Sierra Leone, Mai bis Juni 97 Operation Bevel Edge, Kambodscha, Juli 97 Operation Noble Response, Kenia, März 98 Operation Shepard Venture, Guinea, Bissau, Juni 98 Operation Infinite Reach, Sudan, Afghanistan, August 98 Operation Golden Feesand, Honduras, März 88 Operation Safe Border, Peru, Ecuador, Ab 95 Operation Laser Strike, Südafrika, April 96 Operation Steady State, Südamerika, 94 bis 96 Operation Support Justice, Südamerika, 91 bis 94 Operation Wipeout, Hawaii, Ab 1990 Operation Coronet Oak, Zentral- und Südamerika, Oktober 77 bis Februar 99 Operation Coronet Nighthawk, Zentral- und Südamerika, Ab 1991 Operation Desert Falcon, Saudi-Arabien, Ab März 91 Operation Northern Watch, Kurdistan, Ab Dezember 96 Operation Provide Comfort, Kurdistan, April 91 bis Dezember 94 Operation Provide Comfort 2, Kurdistan, Juli 91 bis Ende Dezember 96 Operation Vigiland Sertin 1, Kuwait, Ab August 95 Operation Vigiland Sertin 1, Kuwait, Ab August 95 Operation Vigiland Warrior, Kuwait, Oktober 94 bis November 94 Operation Desert Focus, Saudi-Arabien, Ab Juli 96 Operation Phoenix Scorpion 1, Irak, Ab November 97 Operation Phoenix Scorpion 2, Irak, Ab Februar 98 Operation Phoenix Scorpion 3, Irak, Ab November 98 Operation Phoenix 4, Irak, Ab Dezember 98 Operation Desert Strike, Irak, Großangelegte Bombardements Operation Desert Fox, Irak, 16. bis 20. Dezember 1998 Operation Provide Promise, Bosnien, 3. Juli 92 bis 31. März 96 Operation Enchainment, Adria, 1. Dezember 95 bis Juni 96 Operation Sharp Guard, Adria, Juni 93 bis Dezember 95 Operation Maritime Guard, Adria, November 92 bis Juni 93 Operation Meritim Monitor, Adria, Juli 92 bis November 92 Operation Sky Monitor, Bosnien, Herzegowina, Ab Oktober 92 Operation Deliberate Falk, Bosnien, Herzegowina, Ab 20. Juni 98 Operation Endeavor, Bosnien, Herzegowina, Januar bis Dezember 96 Operation Danny Flight, Bosnien, April 93 bis Dezember 95 Operation Able Century, Serbien, Mazedonien, Ab Juli 94 Operation Nomad Endeavor, Ungarn, Ab März 96 Operation Nomad Virgil, Albanien, Juli 95 bis November 96 Operation Quick Lift, Kroatien, Juli 95 Operation Joint Forge, Ab 20. Juni 98 Operation Joint Guard, Bosnien, Herzegowina, 20. Juni 98 Operation Joint Endeavor, Bosnien, Herzegowina, Dezember 95 bis Dezember 96 Operation Determined Effort, Bosnien, Juli bis Dezember 95 Operation Determined Falcon, Kosovo, Albanien, Juni, Juli 98 Operation Eagle Eye, Kosovo, Oktober 98 bis März 99 Operation Sustain Hope, Kosovo, Ab April 99 Operation Shining Hope, Kosovo, Ab April 99 Operation Cobalt Flash, Kosovo, Ab März 99 Operation Determined Force, Kosovo, Oktober 98 bis 23. März 99 Noch ist der 11. September 2001 gar nicht passiert und der Krieg gegen den Terror noch gar nicht ausgerufen. Würde man die Liste der Einsätze ab 2001 hier vorlesen, könnte man in der Zwischenzeit ein Fußballspiel ansehen. Was wir an dieser Liste dann aber eindrucksvoll erkennen können, ist der Normalzustand des Systems. Krieg ist nicht die Ausnahme. Krieg ist Daily Business. Die USA und ihr militärischer Apparat sind jeden Tag und jede Nacht rund um den Globus im Einsatz, um Beute zu machen. Wir, die Bürger in der Demokratie, erfahren dann nur von den großen Einsätzen, die sich aufgrund ihres Materialeinsatzes gar nicht vertuschen lassen. Special Forces wie JSOC, gegründet unter Ronald Reagan und nur dem Weißen Haus unterstellt, arbeiten dann aber komplett unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung. Auch Spezialisten im Verteidigungsapparat erfahren dann nur über Umwege von aktuellen Einsätzen, in der Regel nur, wenn etwas versehentlich durchsickert oder wenn die Einsätze lange vorbei sind. Demokratie ist ein Schauspiel oder, um es mit den Worten von Frank Zapper zu sagen, Politik ist die Unterhaltungsabteilung der Rüstungsindustrie. Nüchtern betrachtet ist die CIA die Privatpolizei einer Machtclicke, die über private Großkonzerne und private Bankenkonsortien wie der FED Politik und Medien steuert. Global. Die das Personal in beiden Kammern des Kongresses im Wesentlichen vorsortiert, die den Präsidenten stellt und seine Politik bei Nichtgefallen von der eigenen privaten Presse in der Luft zerreißen lässt. Die CIA ist das Hirn. Das Pentagon die Faust, Weltbank und IWF die Dealer. Der Economic Hitman setzt Schulden als Waffe ein. Einmal einen Investitionskredit unterschrieben und du bist erledigt. In diesem gut synchronisierten Machtgetriebe werden demokratische Prozesse entweder durch die Manipulation der öffentlichen Meinung im Sinne der Superreichen korrigiert oder aber man versucht im Ausland, wo US-Presse nicht immer den Druck erzeugen kann wie gewünscht, mit verdeckten Operationen die Regierung einzuschüchtern oder zu ermorden. Das ist nicht die Ausnahme. Das ist die Regel im Tagesgeschäft der CIA. Ab und an stellt die CIA den US-Präsidenten auch direkt. So war der Vater von George W. Bush, Bush Senior, vorher Direktor der CIA. Man stelle sich vor, Präsident Putin wäre der Sohn eines ehemaligen KGB-Direktors, der nach seinem Abgang das Amt des Präsidenten Russlands bekleidet hätte. Putins Vater, wie auch Putin, war nie der Boss des KGB. Er war einer von vielen Mitarbeitern in Ostdeutschland. Bush Senior dagegen hat die CIA über Jahre geleitet. Dann übernahm er das Weiße Haus. Dass wir darüber nicht einmal nachdenken, ist dem Umstand geschuldet, dass die Medien alles, worüber wir nicht nachdenken sollen, vor uns unsichtbar macht durch, verschweigen. Die Medien sind die mächtigste Einrichtung auf der Erde. Sie haben die Macht, Unschuldige schuldig und Schuldige unschuldig zu machen. Und das ist Macht. Weil sie den Verstand der Massen kontrollieren. Malcolm X. Was macht diesen Friedensnobelpreisträger eigentlich so beliebt? Wie die New York Times bestätigte, hält der erste Schwarze im Weißen Haus einen traurigen Rekord. Unter ihm war die amerikanische Nation zwei Amtszeiten ununterbrochen im Krieg. Unter Obama wurde wieder ein Luftkrieg im Irak und in Syrien begonnen. Zudem hat Barack Obama, wie kein anderer vor ihm, den Krieg privatisiert. Sprich an private Dienstleister outgesourced. Auf einen US-Soldaten kommen jetzt drei Dienstleister. Wie das Pentagon offiziell zugibt, waren allein in den ersten drei Monaten des Jahres 2016 44.000 Dienstleister für die USA in Kriegsgebieten aktiv. Darunter allein 10.000 Personen in Afghanistan, aber auch in Kuwait oder im Irak. Während gefallene Soldaten in der Statistik des Pentagon auftauchen, sind getötete Dienstleister nirgends zu finden. Die USA tun daher alles, um einen Keil zwischen alle Beteiligten zu treiben. Auch die Idee, Deutschland und Russland gegeneinander aufzuhetzen, ist eine verdammt alte Idee. Deutsches Ingenieurwissen und russische Bodenschätze wären eine Konkurrenz für die USA. Teile und Herrsche, heißt daher die Devise. George Friedman, Chef des privaten Thinktanks Stratfor, gab das Verlaufen der Kamera 2015 zu. Unsere Medien haben diese zentrale Aussage einfach ignoriert. Sie hätten die angeblich von Russen initiierten Unruhen in der Ukraine völlig anders aussehen lassen, als einen Krieg unter falscher Flagge. Daher Totschweigen. Syrien ist für die NATO verloren. Ob sich das Land wieder erholt oder wieder Irak zerfällt, steht auf einem anderen Blatt Papier. Ohne Aufbauhilfe von außen geht es nicht. Vor allem Russland wird das viel Geld kosten. Und darum geht es. Russland an möglichst vielen Fronten beschäftigen. So wird auch der Schwellbrand in der Ukraine wieder weiter angeheizt. Aktuell verlegen die USA massiv schweres Gerät in die Region. Über Deutschland. Ist das Aufmacher beim ZDF? Der ARD? Der FAZ? Der TAZ? Nein. Ab und an wird am Rande eine Meldung gebracht, um das Thema nicht komplett den alternativen Medien zu überlassen. So schrieb der Stern am 6. Januar 2017 verharmlosend. US-Generalmajor Timothy P. McGuire steht bei strahlenem Sonnenschein und eisigen Temperaturen im Kaiserhafen von Bremerhaven. Im Hintergrund der riesige blau-weiße Frachter Resolve. Davor die ersten entladenen beigefarbenen Abraham-Panzer. Das Signal ist klar. Wir, die USA, sind da. Schützen und stärken unsere Nachtspartner. Deshalb wird der General nicht müde, seinen zentralen Satz zur US-Operation Atlantic Resolve zu wiederholen. Es ist ein Zeichen des fortgesetzten US-Engagements für den Kontinent Europa, um Frieden und Wohlstand zu sichern. Wir müssen die Massenmedien als das erkennen, was sie sind. Propaganda-Werkzeuge des Großkapitals. Und dann? Dann kommt es zwangsläufig zum Krieg. Krieg ist dann das einzige Geschäft, was bleibt, wenn man schon alles hat. Krieg bedeutet maximale Dynamik bei maximaler Zerstörung. Gewinne in Dollar, Verluste in Blut. Damit das Spiel wieder von vorne losgehen kann. Und wer gewinnt? Die Reichen und Schönen. Das wusste schon US-General Butler, Autor des Klassikers War is a Wreck it. Während des Ersten Weltkrieges entstanden 21.000 neue Millionäre allein in den USA. Und keiner von ihnen war je an der Front. Wer Millionen Arbeitslose von der Straße bekommen will, ohne dass er selbst ins Fadenkreuz gerät, schickt das Volk am besten an die Front. Egal welche. Hauptsache weit weg. Wie die Geschichte lehrt, kommen die meisten eh nicht zurück und lassen sich im Vorfeld durch radikale Parteien an der Nase herumführen. Das Spezielle an 2017 ist der Umstand, dass die Welt heute bis an die Zähne atomar bewaffnet ist. Ohne Krieg geht es in diesem System nicht, aber der nächste Krieg wird unser allerletzter sein. Der Vertrag von Lissabon hat aus den 28 EU-Staaten, die sich vor allem als Wirtschaftspartner verstanden haben, ein eigenständiges Militärbündnis gemacht. Das bedeutet konkret Beistandspflicht auch für Nicht-NATO-Staaten. Dies ist alles durch den umstrittenen Artikel 42 EU-Vertrag ermöglicht worden. In Artikel 42 Absatz 7 heißt es, im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates schulden andere Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung im Einklang mit Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen. Artikel 42 EU-Vertrag spricht nicht von einer Einschätzung der Erforderlichkeit, sondern von einer Verpflichtung, Beistand zu leisten. Dies führt auch dazu, dass neutrale EU-Staaten wie Irland, Österreich, Schweden oder Finnland, die der NATO gar nicht beigetreten sind, zum Beistand verpflichtet werden können. Was ist das Motiv dieser Verträge? Womit rechnet die EU, die NATO, die Elite? Warum stellt die Presse nicht mal diese naheliegenden Fragen? Weil sie Illner ist, sich den Lands macht und nicht will. Krieg als letzter Motor der Wirtschaft ist der aktuelle Lokführer des Systems. Und dieser Krieg wird vom Westen mit allen Mitteln gegen das immer noch flächenmäßig größte Land der Welt vorbereitet. Die russische Föderation. Dabei spielt es keine Rolle, dass Putins Russland längst selbst ein hochkapitalistisches Land ist. Auch die Religion der meisten Bürger dort, Christen, spielt in den Medien überhaupt keine Rolle. Russland muss weg, damit unser System zumindest noch ein bisschen weiterlaufen kann, mit noch mehr Speed an die Wand fahren. Fakt ist, es ist die Informationsrevolution, die uns in den aktuellen Zustand der Verwirrung geführt hat. Immer mehr Menschen, die Masse, erfährt, wie man sie schon immer manipuliert hat und manipuliert. Das Netz hat sich zum digitalen Aufwachzimmer gemausert, in dem neben Katzenbildern auch wissenschaftliche Vorträge über NATO-Geheimarmeen, Fiat Money oder die Soziologie der Macht angeklickt werden können. Nur wenige User können mit dem plötzlich erhaltenen Wissen dahingehend umgehen, dass sie statt Wut ein positives Gefühl zur Welt entwickeln. Statt Aufbruchsstimmung, ob der neuen Chancen, sich endlich neutral informieren zu können, wächst bei vielen die Ohnmacht. Sie haben nie gelernt, komplexe Informationen so zu ordnen, dass die Informationsflut sie nicht an den Rand des Ertrinkens führt. Digitales Waterboarding. Und jetzt? Menschen, die diesen Zustand der Verwirrung dazu ausnutzen, uns gegeneinander aufzubringen, sollten wir komplett ignorieren. Es muss und es kann uns gelingen, mit symbolträchtigen kollektiven Handlungen Zeichen für eine lebenswerte Zukunft zu setzen. Unsere Eliten können es nicht. Vor allem können sie sich nicht eine Welt ohne ihre Führung vorstellen, zeigen wir diesem Personenkreis, dass wir sie nicht brauchen. Noch nicht einmal als Feindbild. Erteilen wir 2017 dem Wahljahr in der BRD unseren Eliten dahingehend eine Absage, indem wir uns unser Wahlprogramm, Ziele, die wir als Bürger erreichen wollen, selber schreiben. Dann sollten wir anfangen, diese Ziele einfach umzusetzen. Alles, was wir dazu benötigen, ist das Netz. Zusammenarbeit. Lernen wir uns wieder neu zu vernetzen, ohne vorgegebene Strukturen. Wie nach einem Erdbeben einer Schiffshavarie. Die, die überlebt haben, nicht wissen, wie lange sie auf sich selbst gestellt sein werden, fangen schon Tage später an, sich selber neu zu organisieren. Solidarität statt Konkurrenz muss nicht erst von einem Anführer neu ausgerufen werden. Dieses Prinzip stellt sich ganz natürlich ein. Es ist Teil des menschlichen Wesens. Es sollte einer intelligenten Spezies möglich sein, diese Neuorganisation auch ohne eine Katastrophe im Vorfeld aufzubauen. Der Mensch behauptet von sich, er wäre das einzige Wesen, das in der Lage wäre, konkret Pläne für die Zukunft zu machen, um bösen Überraschungen zuvor zu kommen. Hören wir auf, vor uns selber versteckt zu spielen. Hören wir auf, auf Befehle von oben zu warten. Die Zukunft, die uns erwartet, wenn wir weiter auf die dafür offiziell zuständigen Warten, ist düster. Es liegt an uns. Werden wir Macher.